Wir haben viel zu viel vorproduziert, wirklich viel zu viel. Wir haben seit einem Monat, die letzte Aufnahme ist schon ein Monat her, über einen Monat. Am 18. habe ich nachgesehen, ganz schrecklich, wieder voll außer Übung. Aber wir mussten ja Team hier, Teambuilding betreiben im Urlaub. Haben wir gut gemacht. Natürlich nicht zu weit weg, weil Corona, aber da hatten wir schon unseren Spaß so. Ja, Teambuilding. Teambuilding? Oh yeah. Teambuilding. Boah, ist voll dunkel hier. So. Okay, ähm, 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 wollen wir gleich erstmal anschauen. Achso, die hab ich mir ja noch gar nicht angeguckt. Du hast ja grad voll reingelubt. So, einen Hund gestreichelt. Ein Hundchen. Oh, wir müssen nach Tumbleweed. Lass mal ne Session. Wirklich lass einfach nach Tumbleweed. Ja, wird das unsere heutige Mission? Das ist ein anderer Spieler. Das ist ein anderer Spieler. Ah, Hüte herunterschießen. Finde ich gut. Muskatkräuter gesammelt. Rotflossenhechte gefangen. Verstecker ausgeräumt. Von einem Pferd zu einem anderen gesprungen. Das kriegen wir hin. Das Ananas. 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 Das geht immer. Ich dachte, ich könnte mich hier hinsetzen. Leider geht das nicht. Okay, dann nicht. Ja, hallo. Guten Tag, der Herr. Der Typ rennt einfach weg. Finde ich nicht in Ordnung. Ja, es liegt an deiner Visage. An meiner Visage, hallo. Also mit deinen Angeln. Oh. Boah, guck mal, es findet. Ist gar nicht so cool. Jetzt finden wir die vor. Nicht wirklich so cool. Aber das ist cool. Das ist überhaupt funktioniert. Okay. So, also nach Tumbleweed. Oh, was will ich dagegen schießen? Moment, Experiment. Wie schieß ich überhaupt noch? Oh Gott, die Steuerung. Boah. Alles klar. Ja. Es leuten, die Glocken. Okay. 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah, ich weiß wieder nicht, wohin. Ich hab mal wieder keine Ordnung. Momentchen? 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 Oh, guck mal. Ortseingangsschild für Rhodes. Boah, ist das eine Bell. Oh Gott. Ja doch, Tumbleweed waren wir lange nicht mehr. Okay gut, wir waren auch lange nicht mehr gespielt, aber bäh. Alles klar. Bäh. Und wenn wir einen Hund sehen, müssen wir ihn streicheln. Das schaffen wir. Mischen. Mischen. Mischen Impossible. Das, das hoffen wir. Mischen. Mischen. Dafür reichen die Skills gerade so. Huiiii. Huiiii. Ach, da war... Huiiii. Ja, komm, querfet ein. Ich weiß nicht, wo das war, aber ich war früher als Kind... Ah, das hat gar nichts damit zu tun jetzt. Ah, ja. Ähm, da gab's so, so, das war mega lame, aber für mich als Kind war das voll entspannend. Das war so ne Arche, wo man auf so Plastikpferden oder so saß. Und die Plastikpferder haben sich einfach nur auf dieser Strecke bewegt und dann so gesagt, ja, ich sitze auf dem Pferd, das ist so ein scheiß Plastikpferd, das ist eigentlich so das war. Irgendwo auch in NRW, in irgendeinem Park, keine Ahnung. Hör mir dann halt nicht zu! Hallo! Alles klar, alles klar. Ich habe gerade Sachen von meiner Kindheit erzählt. Ja, sorry, wir sind hier irgendwo, oha, voll cool. Hallo! Das ist ein Bedrohungsboot. Erstmal durchgeschmuggelt. Okay, ich guck aber auch in letzter Zeit ein bisschen auf Wildlines. Voll interessant. Oh, oh jetzt noch mehr. Oh, fuck, ich hab' hier sehr drauf. Wow. Wow. Das sah so herbedumm aus. Ich bin einfach in diese, in dieses, äh, wie nennt man das? Zaun? Man kann es Zaun nennen. In diesem Zaun von dem Rutsch und dann reingesegelt und hängen geblieben. Wow. Oh Gott. Aber das ist voll schön hier, das ist voll idyllisch. Grill sind da. Hä? Hä? Voll komisch. Gab's das schon immer? Irgendwie nicht, ne? Ja. Das ist mir auch gerade neu, deswegen bin ich hier hängen geblieben. Oder warten wir einfach noch nie. Ah nein, oder? Ich will nicht vorstellen, wir sind doch die gesamte Küste lang gelaufen. Na, aber es ist so ne kleine Bucht hier. Hä? Ja, aber wir sind hier doch schon alles mal lang gelaufen. Hä? Kannst mir doch nicht erzählen, dass wir das übersehen haben. Also bitte. Du, also wir sind jetzt auch nicht wie alle aufmerksam. Aber das wär uns doch aufgefallen. Ja. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ja, doch. Safe. Also. Eisig aber auch nicht. Kann ich nicht sagen. Oh voll schön, hier ist ein Kessel. Ich muss jetzt nochmal auf das Drogenboot gehen, weil ich hab mir erst äh... nicht hier... Drogenhandel... Nein, okay. Irgendwie gibt's hier aber auch nichts zum Einsammeln. Dann spring ich mal das Zelt in die Luft. Ja. Aufgeräumt. Kannst du bitte aufhör mich abzuschießen? Kann! Nein, ich schieße neben dir. Dann! Näh. Erstmal ein bisschen schwimmen, ey! Boah, voll der krasse Mond irgendwie. Hä, ich hab dich nicht abgeschossen. Ich schieße sie auch vor dich. Nein, ich krieg aber was ab. Ich hab ja Gesundheit abgezogen. Ach, wie traurig. Dann hab ich sehr stabile Kugeln. Hä? 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 Okay. Hä? Was ist denn da passiert? Wo ist das denn jetzt? Du bist ganz komisch rumgebacken. Ja, eigentlich schon, manchmal. Oh, du siehst du, da drin ist doch, guckt die das da an? Das ist eine weiße Substanz da drin. Also, sorry, guckst du. Ja, seh ich. Ja, ist voll das mysteriöse Schiff hier. Also, ich bin jetzt kein Experte, aber ja. Hä, ist aber komisch. Vielleicht ist das doch einfach nur Salz. Jaaaa. Oder Zucker. Zucker. Oder Baumwolle. Nee, Baumwolle, Baumwolle, ich sieht das nicht aus. Oh. Jaaaa. Hallo. Ich weiß auch nicht, ob das Koks sieht aus. Ich kann's nicht sagen. Hab ich kein Wissen. Äh, wo ist denn mein Pferd schon wieder hin, ne? Ah, Klettenwürtel. Hä? Warum hab ich mein Messer rausgeholt? Weiß ich nicht. Klettenwürtel. Weiß ich nicht. Weiß mir doch der... Okay, geil. Das Messer rausrutscht. Blipp, blip, blip, blip. Ich bin ja auch an meinem Pferdchen. Das ist ein fremdes Lager. Lass mir nochmal Lager angreifen, kennt man ja. Jo, beim Lager angreifen, äh, schwierig. Die rote Flagge ist gehisst. Die weiße. Aber auch die weiße. Die weiße hab ich aber nicht gesehen. Nein, das war ja auch nicht herz gemeint! Oh mein Gott, du bist grad voll leise. Sorry, warte mal kurz. So. Ich bin leise. Sag mal was. So, jetzt bist du wieder lauter. Boah, jetzt bist du sehr laut. Okay. Alles klar, ganz genau. Sehe ich auch so. Ah, wir rennen hier einfach mitten am Ufer entlang. Gute Idee. Doch, schön. Ein Strandausritt. Das sieht echt schön aus. Ich bin schon wieder gar nicht mehr die Landschaft von... Aw, die li-lü-lü-lü, die Landschaft! Die li-lü-lä-lü-lü-lü-lü- doppelgum-lü-lü-lü- CAN-Kollner-läh-story Ähm... Versteck! 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 a dar an dann dran bassama ran an den an- ran ans vestecken a a a a a a a a ran ans vestecken Ohh Ja, bestimmt fängst ihr euch hier jetzt schon wieder an. Ja gut, du redest mit rein. Ja, hallo! Aber die reagieren gar nicht, die haben wir gar nicht gesehen, ich möchte jetzt nicht arbeiten. Oh my gosh! Find ich interessant! Äh... Huch, was ist denn hier jetzt los? Ja, good learning by doing wieder hier, ne? Boop! Oh, die sind alle ein bisschen versteckt. Jetzt sag ich, das ist bestimmt ein Drogenboot, also ich werde das, also vorhin, ich glaube ein anderes Boot würde nicht so krass geschützt werden. Ja, will man dann ja auch ein Drogenboot. Boah, jetzt ist GameStone gerade voll laut, egal. Diese! Bäh! Okay, das ist egal, nicht zu nachdenken. Bäh! Okay, ich muss dich gerade mal kurz ein bisschen leiser machen. Oh, bin ich schlecht! Boah, den... Hey, wo sind denn andere Dudes? Puh, kritisch! Oh, Hundi! Hier ist noch... Oh mein Gott, das ist voll der aggressivere Hund. Kann ich bitte in Ruhe lassen? Kann es sein, dass du so ein bisschen was da kommt? Ich will Hundi nicht einmal... Oh mein Gott, ich habe voll den aggressiven Hund, aber ich kann den Hund machen. Scheiße, ich weiß alle nicht. Ich will den Hund nicht töten, das ist jetzt gerade mein großes Problem. Also wenn er sich angreift, würde ich mal sagen, dann ist es gar kein Hund, sondern... Ein Wehrwolf. Ja, ein Wehrwolf. Achso. Oha, das ist... Oha, das ist... Alter! Oha! Oha! Was geht's? Seit wann gibt es hier böse Hunde? Ja! Ähm... Oha! 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 Äh? Das ist doch gerade ganz komisch. Ich war voll in der Animation gefangen. Alles klar. Oha, ich bin dritter geworden. Heelegan! Ich bin Rang aufgestiegen. Heele, aber die wackelt so rum. Oh lol, der hat sprung gerade von dir. Was denn? Seid cool aus. Voll immerhin. Mhm. Mhm. Fast so... Es sah fast so aus, als wüsste so was zu tun. Jaaa, wusste ich ja auch. Ey, da ist innen hinter dem Baum versteckt. Oha! Die sind ja sehr elegant am Tisch. Oh, die stehen glaube ich nicht so drauf, wenn man den Drogen mal rumtötigt. Hast du den? Nein, du hast ihn nicht. Oh Gott. Aber davon kriegt man ja sowieso nur maximal ihre Beleid. Okay, der Typ der Drogen nervt mich ein bisschen. Ich gehe zu einem anderen Dude. Alles klar. Von wo, von wo? Ach, hinter mir. Oh. Ah. I got your back. I got your back. Nein, okay. Hoppala. Hele, kommt hierher. Hele! Hele! Alter, dein Pferd läuft hier so mitten im Bild lang. Ja, ich hab das glaube ich auch aus Versehen mit der Explosion mal getroffen wohl. Entschuldigung. Alles klar. Entschuldigung, Krüttel! Hast du ihn verschont oder getotet? Äh, den hatte ich ja da aus Versehen eigentlich schon erschossen hatten. Also es war... Aua. Ja, außerdem, weil sie... Wir haben ja auch ne Anti-Drogen-Politik. Ah, okay. Drogen sind nicht gut. Der Auftrag erfüllt. Das sieht irgendwie unnatürlich aus. Wie er da so liegt. Ah, gut. Willste machen. Das nehm ich alles mit. Dankeschön. Boah, wir sind richtig weit gekommen. Sind direkt wieder umgedreht. Ja, aber... Ein von zwei Verstecken ausgeräumt. Jetzt sind wir warum das da manchmal... Ich könnte mir vorstellen, dass es nur da ist, wenn dann... Eieieiei. Also nicht doch. Lelelelele. Lelelelele. Ja, nein, nein. Okay. Wollen wir einmal Ananas machen? Ja, stimmt. Wir müssen Ananas machen. Truppen als Überraschung. Na, okay. Okay. Wo bist du denn? Dies? Da. 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 Okay. Das geht bei mir gar. Oh noi. Das hat ja doch wohl gewonnen. Ah, wir sind falsch. Falsch. Äh. 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 Oh oh. Haben wir doch schon täglich schon eine tägliche Herausforderung und abgeschlossen. Ja, aber jetzt unser ... Ja. So, wir müssen jetzt ... Oh, Tumbleweed ist so weit weg. Oh, guck mal, der Baum da oben. Er ist einsam. Oh. Oh, hallo! Ah, mir ist ja gut mit Ausliegen, Berno. Da war ein Stein. Ich hab auf den Baum geachtet. Ja, da ist noch ein Stein, da ist noch ein Stein, da ist noch ein Stein. Ja, aber guck mal, der Baum. Wow. Mir hat das Gefühl, wir reiten grad falsch, aber wir reiten grad richtig. Ja, wir können natürlich auch quer durchs Wasser, aber das ist dann wieder ... Ich weiß nicht, ich will jetzt mal auf die Karte gucken, was wir hier gerade vorhaben. Wir sind da. Ah, die Waffen nicht wechseln, weil ich noch beim Pferd sitze. Und wir wollen nach ... Ach du Scheiße. Okay. Ja, wir sind so oder so an einer blöden Stelle hier. Wieso, wir reiten einfach einmal in Kurbel zum Wasser. Ja. So, wir reiten einfach jetzt mal oben. Ja. Ja, aber wir müssen auch anderen das zurück machen hier. Ja, nö, es ist mein Pferd. Alles klar. Besser als mein Ola-Ola-Gaul dahinten. Ohohohohoho. Oh, ist das Robby. Ein Robby. Ein Robby. Ja, wir müssen das Spiel machen. Dies ist ... 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